Aber kein Video! Also... Okay, Dreadys, ich glaub, wir haben genug Youngens, geiler Song, ich mag Kalim, Kalim ist stark. Ähm, ich glaub, wir gehen in die Rapplerie-Folge, Dreadys, es wird sonst zu spät, um ehrlich zu sein. Weil guck mal, ich will eigentlich die Rapplerie-Folge noch machen, die dauert ein bisschen was, dann hab ich noch zwei Videos hier, die könnten wir auch auf morgen verschieben und ich hab mich verabredet mit Tolga zum Fortnite-Zocken. Und ich muss grinden. Ich hab auch was zu sagen, Dreadys, aber es ist ein bisschen emotional. Ihr habt ja den Amar Cup mitbekommen. Und Leute wie Schradin waren vor mir. Und dann hab ich mir geschworen, ich werd wieder Unreal kommen. Und ich sitz gerade im Champion-Fest. Was nicht schlecht ist, muss ich ehrlich sagen, ich als Opa. Aber ich muss Unreal kommen. Und Tolga Abi wartet auf mich, Dreadys. Und ich weiß, ihr wollt Kurdo haben. Und ich hab auch Bock auf Kurdo, also gehen wir in Kurdo rein. Lasst Tolga den Wichser warten. Kurdo.